Guck mal, zu meiner Geburtstagshilfe am Samstag, den 27. August, lade ich euch hiermit herzlich ein. Beginn, 20 Uhr, Ort, Norkstraße 218, Telefonnummer. Ich freue mich darauf, euch dann zu sehen. Jan, ist das in Ordnung? Ja, toll. Und was sind sie besser? Das oder das? Die sind beide super. Du könntest wirklich mal ein bisschen mehr Interesse zeigen. Das sind ja auch deine Einladen. Das hätte ich am Telefon schneller geregelt. Guten Tag. Guten Tag. Ich hätte gerne 25 Kopien hiervon. In welcher Farbe möchtest du das haben? Welche Farben haben sie denn? Wir haben diese Farben. Blau, Grün, Rosa, Rot, Gelb oder Orange. Schlapp, Gelb ist anders. Und ich habe hier zwei Vorlagen und ich wüsste gerne, welche besser rüberkommen. Ich denke, die schwarz-weiße Vorlage ist besser geeignet. Okay. Und könnten Sie mir die vielleicht auch verkleinern? Ja, die kann ich dir so auf die Hälfte verkleinern. Das ist 70 Prozent. Das ist dann die nach fünf. Okay, dann 25 Kopien davon, bitte. Okay. Entschuldigung, wie teuer wäre das denn dann? 25 Kopien, verkleinert, kosten 30 Mark. Ich habe aber jetzt wirklich nur 15 Mark dabei. Ja, dann machen wir ausnahmsweise 15 Mark. Okay, danke schön. Ja, bitte. Hallo, hier ist Jan. Bist du es, Dennis? Ja, hallo Jan, ich bin's, ja. Hör mal, ich feiere am Samstag meinen Geburtstag. Am Samstag? Mhm. Ich wollte dich fragen, ob du kommen willst. Ja, klar, auf jeden Fall. Wann denn? Okay. Samstag um 8 Uhr in der Noackstraße 218. In Ordnung? Ja, klar, auf jeden Fall. Ich bin da. Ja. Na klar. Tschö. Tschö. Deine Kopien und die Kürtung. Okay, danke. Tschö. Tschö. Welche Farbe ist am besten? Blau, grün, rosa, rot, gelb oder orange? Ich glaube, gelb ist am besten. Welche Farbe ist am besten? Gelb ist am besten. Um wie viel Uhr beginnt Jans Party? Okay. Samstag um 8 Uhr in der Noackstraße 218. In Ordnung? Um wie viel Uhr beginnt Jans Party? Jans Party beginnt um 8 Uhr. Nächstes Jahr werde ich 17 Jahre alt. Ich werde dieses Jahr 15 Jahre alt. Nächstes Jahr werde ich 17 Jahre alt. Nächstes Jahr werde ich 17. Nächstes Jahr werde ich 16 Jahre alt. Ich werde dieses Jahr 15 Jahre alt. 10 Elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. Zwanzig! Zwanzig! Ich wünsche mir viele Geschenke. Ich wünsche mir ein Motorrad. Zum Geburtstag wünsche ich mir ein neues Fahrrad. Ich wünsche mir ein Kleid. Ich wünsche mir einen Mantel. Ich wünsche mir ein Buch zum Geburtstag. Ich wünsche mir ganz viele Geschenke. Hallo. Hallo. Hallöchen. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Herzlichen Glückwunsch für den Geburtstag. Hier ist ein Geschenk. Oh, danke. Ich bin nett. Puh. Hallo. Hallöli. Hallo. Hallöchen. Ja, klar. Ja, das reicht. Okay, das war's. Ja. Das Buch habe ich von Alex. Die Kassetten habe ich von Dennis. Dann sechs CDs. Und den Rock mit von meiner Oma. Ah, der Vorteil. So richtig, doch. Okay. Also, ich habe hier eine Kassette für dich. Da ist Musik drauf, die dir bestimmt gefallen wird. Danke. Wow. Danke. Bitte. Und das hier kommt von Herzen. Essen. Und das letzte Geschenk will ich, dass du da anziehst, weil es dir bestimmt sehr gut stehen wird. Ja. Und das ist einfach von mir. Ja, danke. Danke, Lili. Mach ich das zuerst aus. Lili. 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 Oh. So, Janik, lass mal die Kerzen aus. Ja. Wir kommen nun zu einem Spiel der besonderen Art. Wir werden der Reihe nach diesen hübschen Kochlöffel durch die Kleider eines jeden von uns hindurch gleiten lassen. Dennis, fängst du mal an, bitte. Durch dein Stichert. Ups. Das ist sehr gut. Weiter. Weiter durch? Ja. Ja, durch die Hose. Durch die Hose auch. Durch die Hose. Alex? Nein. Aber das ist das Spiel. Hey, Moment, Moment, Moment. Was macht das denn jetzt? Ich mach das nicht. Das ist nur für... Vielleicht kann ich nur das Schuh fahren. Klopfen. Nein, du weißt, du kennst den? Der Fahne. Da ist der Fahne. Alex, du musst doch. Ich hab's geschafft. Ich will das auch mal schaffen. Wir spielen mal ein Spiel, okay? Kommt mal mit. Tja, lasst uns mal die Geschenke angucken. Wir haben hier zwei Kassetten von Dennis, ein wunderschönes T-Shirt von René, zwei T-Shirts von Lilly und Rebecca und von Rebecca zusätzlich noch ein Lebkuchenherz. Das Buch ist von mir. Der Walkman ist von Jans Oma und wir haben sechs CDs von Axel und eine CD ist von Kerstin. Tja, lasst mal gucken, ob ihr behalten habt, wer dem Jan was geschenkt hat. Kommt mal mit. Und jetzt noch einmal. Hallo! Das ist Kerstin. Kerstin, was hast du dem Jan geschenkt? Ich habe ihm eine CD geschenkt. Eine CD. Dennis, was hast du dem Jan geschenkt? Zwei Kassetten so. Zwei Kassetten. Axel, was hast du dem Jan geschenkt? Ich habe dem Jan auch ein paar CDs geschenkt. Ein paar CDs geschenkt. Und René, was hast du dem Jan geschenkt? Ein T-Shirt. Ein T-Shirt. Und zu guter Letzt, Rebecca, was hast du dem Jan geschenkt? Ich habe dem Jan eine Kassette, ein Lebkuchenherz und ein gestreiftes T-Shirt Lilly geschenkt. Mann, oh Mann. Also, ich muss euch eins sagen, jetzt haben wir genug Deutschunterricht gemacht. Machen wir weiter mit der Party. Von wem ist der Walkman? Der Walkman ist von Jans Oma. Von wem ist der Walkman? Der Walkman ist von Jans Oma. Was hat Kerstin Jan geschenkt? Kerstin? Kerstin, was hast du dem Jan geschenkt? Ich habe ihm eine CD geschenkt. Eine CD. Was hat Kerstin Jan geschenkt? Kerstin hat Jan eine CD geschenkt. Was hat René Jan geschenkt? Was hast du dem Jan geschenkt? Ein T-Shirt. Ein T-Shirt. Was hat René Jan geschenkt? René hat Jan ein T-Shirt geschenkt. Ich gehe gerne mit meinen Freunden auf den Rummel. Am liebsten fahre ich Achterbahn. Ich fahre gerne Achterbahn. Auf dem Rummel fahre ich nicht so gerne mit der Achterbahn. Lieber esse ich eine Portion Eiscreme. Ich fahre gerne Achterbahn. Ich liebe das Riesenrad. Am liebsten fahre ich Wildwasserbahn. Ich fahre gerne Karussell. Ich fahre gerne Karussell. Ich esse gerne Popcorn. Ich esse gerne Zuckerwatte. Ich fühle mich prima. Ich fühle mich im Moment sehr gut. Mir ist schwindelig. Mir ist schwindelig. Mir geht es gut. Mir ist schlecht. Mir ist schlecht. Hallo, da seid ihr ja wieder. Tja, wir fahren heute alle zusammen ins Phantasialand. Meine Eltern haben mir ja die Karten zum Geburtstag geschenkt. Und es sind alle ziemlich aufgeregt. Dennis, Chekden, Lili, Alex und Rebecca natürlich auch. Und ich glaube, wir werden in 40 Minuten schon da sein. Hallo, Jan, komm doch mal rüber. Was wollen wir? Ja, komm her. Grüß dich. Hallo und willkommen im Phantasialand. Ja, das ist ein Vergnügungspark. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Das ist für Kinder. Ah, jetzt werde ich eigentlich mal erwachsen, Mann. Ja. Erschreckend. Das war super. Mir ist total schlecht geworden. Ziemlich schnell. Ich will nochmal. Ich will mehr. Ich gehe nie wieder auf so ein Ding. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe... Er redet ununterbrochen. Ja, da sind wir aufuntergekommen. Das war toll. Wir sind da runter wie in Freien Fallen, als wir unten aufgekommen sind. Das Wasser spritzt nur so hoch und alle sind nass geworden. Ja, es hat uns total gefallen. Ne? Äh, wisst ihr eigentlich, wo die anderen sind? Nee. Ja, gehen wir mal suchen, ne? Ja, gehen wir mal suchen. Hallo. 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 Wie heißt du? Ich heiße Marlene. Und du? Ich heiße Aurélie. Und wie heißt du? Ich heiße Julian. Und du? Ich heiße Melanie. Und woher kommst du? Ich komme aus Deutschland. Und du? Ich komme aus Frankreich. Woher kommt ihr beiden? Ähm, aus Frankreich. Und gefällt es euch hier? Ja, gut. Ihnen gefällt es hier? Willkommen in China. Komm. Habt ihr Alex oder Dennis gesehen? Also, ich habe sie immer noch nicht gefunden. Wo sind Dennis und Alex? Konfuzius sagt, ein Mann, der Freunde sucht, sucht Freundschaft. Ist das Ihre Tochter? Ja, das ist es. Woher kommen Sie? Aus Dänemark. Wie lange bleiben Sie hier? Wir bleiben nur diesen Tag hier in Brühl. Und dann fahren wir morgen wieder nach Hause. Okay, wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Wiedersehen. Ja, hallo. Wir sind jetzt wieder zurück in Deutschland. Ja, wir stehen hier vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Berlin ist seit der Einheit wieder die Hauptstadt von Deutschland. Ja, ich komme aus Westdeutschland. Ich komme aus Ostdeutschland. Und ich habe eine Frage. Ja, wo sind die Mädchen hin? Die sind schon spät dran. Das war gut. Aber nicht so gut wie die Galaxie. Hold on tight. Get ready for the ultimate experience. One, ignition. 20-degrees heading. Warning. Sensors indicate electrical malfunction. Look out! Galaxy One. Investigate Subterranean Power Station. Congratulations, Galaxy One. Mission accomplished. Wir waren gerade im Galaxy. Lilly hat die ganze Zeit geschrien. Dennis ist die ganze Zeit wieder hin und her gerüttelt. Die ist total schwindelig geworden. Die ganzen Farben, die da auf dich zukamen. Ja. Rot, gelb, blau, grün. Alles. Wahnsinn. Ja, und Alex, der hat sich immer die Hände vor den Kopf gefahren. Weil er dachte, er fliegt gegen die Wand. Durchbar. Boah, und dann kam immer diese Kugel. Habt ihr das gesehen? Ja, uns hat es wirklich sehr gut gefallen. Ja. Und euch auch? Gut, okay, aber wir müssen jetzt nach Hause. Bis später. Tschüss. Also ich muss sagen, wir haben wirklich viel erfahren. Ah, das ist vielleicht doch nicht nur für Kinder. Schubidu, vielleicht sehen wir uns hier mal. Wie ging es Lilly nach der Achterbahn? Mir ist total schlecht geworden. Wie ging es Lilly nach der Achterbahn? Ihr war total schlecht. Will Alex noch einmal Achterbahn fahren? Ich gehe nie wieder auf so ein Ding. Will Alex noch einmal Achterbahn fahren? Alex will nie wieder Achterbahn fahren. Woher kommt Alex? Ja, ich komme aus Westdeutschland. Woher kommt Alex? Alex kommt aus Westdeutschland. Woher kommt Dennis? Ich komme aus Ostdeutschland. Woher kommt Dennis? Dennis kommt aus Ostdeutschland. Tschüss. Tschö. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis später. Bis dann. Und du? Wann ist dein Geburtstag? Wie feierst du deinen Geburtstag? Was magst du am liebsten im Vergnügungspark? Tschö. 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 Vielen Dank.